Und das geht los. Gegen den Angangspraktik. Die Tiefen und die kleine Gästen immer der sehr gute Patrick. Aber bisher, beide Tiefen ohne Verluste. Ein Megabod ist sicher eine neue Basse, wenn ich einen verloren habe. Das sind auf beiden Seiten größte Stereons. Inner der Däger steht die non-deutsche Hallemare einfach. Das war ihnen egal. Großen herz für Wessemann. Und wir haben 1-2-3. Das war rechtsstaatisch. Und 1-1. Auf der rechten Seite ist das Malte. Malte ist ein richtiges Jungs. Verrufstolgat. So wie ich das sehe, ist das für seine Pflicht. Schon mal. Doch stabil. Zing loss! Gefangin! Und der nächste Reduzgang, Deutschland D-Mark, D-Mark gegen G-A-S-N-I. Das ist ja alles, was da fehlt noch rumhängt, passen wir es drauf. Und schwer darüber sich zu behalten. Hier haben wir einen Bruch, hier haben wir den Kaffee schon mal geklärt. Und da haben wir einen 2 zu 1 für diesen Mann. Der Lene für hohe Zug ist immer zu dieser Stelle gar nicht gut. Aber wissen wir, ist das ein Signal oder eine Abwehr? Vielleicht eine Aufgabe, man weiß nicht. Ja, das war ein Aufraus, 2 zu 1 für die Sieben. Das war die Sieben. Das war die Sieben! Das war die Sieben! Das war die Sieben! Vielen Dank.